Der größte Vorteil hinter der Anlage ist der geringe Zeitaufwand. Der Kunde hat am Anfang lediglich 20 Minuten Aufwand, in dem er die Anlage befüllen muss. Der Rest wird von der automatischen Anlage selber erledigt. BrewRocket – die Innovation, die Emotionen weckt. Mit der Premium-Bierbrauanlage BrewRocket können Sie vollautomatisch und mit wenig Zeitaufwand eigene Bierkreationen herstellen. Die Kompaktanlage mit verbauter Gäreinheit bedient sich einem neu entwickelten Brauverfahren und besticht durch ihr hochwertiges Design. Geschrotetes Malz wird in den Maischebehälter eingefüllt. Die automatische Hopfenstation wird mit Hopfenzugaben bestückt. Bis zu vier Gaben sind möglich. Die Hefe wird angesetzt und in den Gärbehälter eingegossen. Die Zapfköpfe werden von der Reinigungsstation abgezogen und an die Fässer angeschlossen. Nun ist die Vorbereitung für den Brauvorgang erledigt. Durch Antippen der gewünschten Biersorte am Tablet startet der Brauvorgang und die Anlage läuft vollautomatisch durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach ca. zweieinhalb Wochen ist die Gärung abgeschlossen und das Bier wird unter Druck in Fässer abgefüllt. Anschließend reinigt sich die Anlage vollautomatisch. Die Biere der BrewRocket bieten Ihnen ein vorzügliches Geschmackserlebnis. Die Anlage gibt es in vier Ausführungen mit 20, 60, 120 und 190 Liter Ausschlagmenge. Ideal für den Einsatz in Hotel, Gastronomie und Privat. Vielen Dank! Vielen Dank.